Seine Millionen hat Fußball-Legende Franz Beckenbauer schon frühzeitig verteilt. Der Kaiser, Franz Beckenbauer, 78, verstarb am Sonntag nach schwerer Krankheit. Sein Testament habe er laut Bild schon viel früher aufgesetzt. Franz Beckenbauer, seine Herrschaft überdauert den Tod. In der Vergangenheit erlitt Franz Beckenbauer einige gesundheitliche Rückschläge, sodass er sein Erbe schon lange vor seinem Tod geregelt hat. Laut der Zeitschrift, Bunte, soll Beckenbauer im Februar 2023 einen Notar in seine Villa in Salzburg bestellt haben, um sein Testament aufzusetzen. Der Profi und Werbebotschafter solle der Illustrierten zufolge im Laufe seiner Karriere rund 80 Millionen Euro verdient haben. Das Geld habe er vor allem in Immobilien investiert. Diese werden zukünftig von seiner Frau Heidi, 57, verwaltet. Das Zustimmungsrecht für den Verkauf von Immobilien habe er ihr höchstpersönlich zukommen lassen. Für eine Million Euro soll Heidi selbst ein verfallenes Holzhaus in Obertauern erworben haben, das sie renovieren. Franz Beckenbauer, so gut versorgt der Kaiser seine Familie. Anzeige Bei dem Treffen stellte der Fußballprofi auch sicher, dass seine Kinder Joel, 23, und Francesca, 20, hohe Anteile an seinem Vermögen erhalten würden. Sie sollen sowohl die Mehrheit an einem Haus in Kitzbühel erhalten haben, als auch die am Familienwohnsitz in Salzburg. Auch dank der Unterstützung ihres Vaters, waren Beckenbauers ältere Söhne Thomas, 60, und Michael, 57, schon lange finanziell unabhängig. Für das Anwesen in Kitzbühel sollen Franz und Heidi damals 7,75 Millionen Euro bezahlt haben, für das Anwesen in Salzburg im Jahr 2020 2,97 Millionen Euro. Einer der letzten Errungenschaften der Legende Im Jahr 2021 kaufte er sich seinen geliebten Mercedes Oldtimer zurück, den er 1976 verkauft hatte. Der Fußballgott hätte sicher nichts dagegen, wenn seine Kinder sich in Zukunft eine Spritztour in Papas Wagen erlauben. Aber er hat sich ein sehr viel Besatz für den Bericht von ihnen geredet, also das Anwesen, 16, 3, 4, 6, 8, 5, 6, 7, 8, 7 oder 6, 9, 8, 9, 9, 11, 11, 12, 13, 13, 13, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 21, 18, 19, 20, 19, 21.